So, ich nutze mal diese augenscheinliche Ruhe und den Müllsack rechts unten, ignorieren wir einfach mal. Da ist, um das mal aufzuklären, kein Müll drin, sondern da ist... Maisplatter sind da drin. Und die hatte ich mal kurz vorgezettelt und noch nicht richtig zurückgesteckt. So, der Grund für dieses Video, um mal darauf zurückzukommen, das wird leider, leider, leider das allerletzte Video dieser Schweinis sein. Denn sie ziehen morgen beide aus oder um mit mehr oder weniger Sack und Pack. Deswegen hatte ich auch gesagt, ich genieße, also ich nutze den Moment der Ruhe. Weil so ruhig oder wie man es manchmal in den Videos sieht, ist es leider nicht immer. Ja, denn es wird immer schlimmer, leider, und immer mehr, dass sie sich zanken und nicht vertragen. Und je älter sie werden, umso schlimmer ist es jetzt geworden im Laufe der Zeit. Also, ich weiß nicht. Oder ich bin halt komplett ratlos mittlerweile. Sie haben ja genug Häuser. Sie haben einen übergroßen Käfig mehr als jedes andere Meerschweinchen sonst manchmal. Und sie sind sogar kastriert. Und sie zanken sich trotzdem fürchterlich. Einer hatte schon eine Bisswunde gehabt. Des Öfteren kloppen sie sich oder jagen sie sich. Ich weiß, man sieht es in den Videos im Hintergrund nicht, weil sie halt gerade am Fressen sind. Ich habe leider, ich weiß nicht wo, ich habe irgendwo ein Video auch gehabt. Was auch das einzige Video ist, weil ich filme die ja nicht permanent. Oder ich halte ja nicht permanent die Kamera drauf. Wo sie sich auch gerade bekriegt hatten aufs Böse. Also mit gegenseitig beißen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es noch finde oder halt nachträglich nochmal einblende. Ansonsten habe ich immer nur Videos, wie einer den anderen jagt. Aber eigentlich, ja genau, es sei nochmal niedlich. Ja, wie ist jetzt der Verlauf? Also, der Verlauf ist, ich habe einen Transporter gemietet. Für den 16.04. Und da kommt der gesamte Käfig oder das Gehege, weil Käfig möchte ich jetzt nicht so wirklich bezeichnen wollen, auch wenn es eigentlich in dem Sinne trotzdem ein Käfig ist, kommt in eine neue, in einen neuen Haushalt, wo in diesem Gehege ein Schweini leben wird mit ein paar Mädels und in dem anderen Gehege, was halt schon vor Ort vorhanden ist, kommt das andere Mäerschweinchen. Ich weiß nicht, welcher von, also ob jetzt Franz oder Goethe, in welchem Gehege die nun künftig wohnen werden. und bekommt halt auch, also jeder bekommt halt zwei Mädels. Die Mädels habe ich gesehen, das andere Gehege habe ich auch gesehen. Es wird eine Halterin sein, die schon zehn Jahre oder mehr sogar Erfahrung mit Meerschweinchen hat. Und es gab schon viele, viele, viele Momente, wo ich geweint habe, wo ich verzweifelt war. Aber selbst jetzt habe ich immer noch ein Kloß im Hals und ringe nach den richtigen und passenden Worten. Und es tut mir sehr weh. Ich habe die Option erwägt, quasi so wie sie jetzt beide sind, das halt räumlich komplett zu trennen. Und jeder kriegt halt sein Partnerweibchen, sage ich jetzt mal, auf die jeweilige Etage. Aber ich finde, für unten mag ja, diese zwei Meter zehn für zwei Schweinchen noch gehen. Aber für oben finde ich das für zwei Schweinchen einfach grenzwertig. Also gerade wenn ich sehe, was die hier an Sprints manchmal am Tage, oder auch wenn die sich jagen, weil sie an Sprints manchmal von sich geben, da bin ich schon bei zwei Meter zehn der Meinung, dass die zu klein sind. Und ich möchte den zwei Schweinis die obere erste Tasche nicht zumuten wollen. Zumal ich dann auch anderweitig oder andersrum gesehen habe, Angst habe, wenn jetzt zum Beispiel in dem Moment, das ist ja Goethe, der oben ist, wenn Goethe das Weibchen von Franz riecht, dass der irgendwie über die Brüstung springen möchte, um das andere Weibchen für sich zu bekehren. Oder halt eben auch andersrum. Da habe ich halt einfach Angst, da fehlt mir die nötige Erfahrung, dass es da Reibereien geben könnte. Und ich habe, das kommt dann halt auch noch hinzu, ich habe hier nur ein kleines Zimmerchen. Ich weiß ja nicht, inwiefern man das auf dem Video schon sehen konnte. Da ich möchte das nicht, also mit zwei Schweinis, äh, mit vier Schweinis dann, das finde ich schon sehr grenzwertig. Sehr, sehr, sehr arg grenzwertig. Und wie gesagt, ich finde, das ist auch keine artgerechte Haltung. Alleine zumindest die erste Etage oben. Die nächste Möglichkeit wäre gewesen, eins nur wegzugeben und halt dafür dann halt, äh, dementsprechend ein Weibchen zu holen. Das wäre auch die, ähm, sinnvollste meiner, also, die, die sinnvollste Variante unter anderem auch gewesen. doch, ich kriege es auf psychischer und emotionaler Ebene, das gebe ich offen und ehrlich zu, nicht hin, mich für ein Schwein zu entscheiden. Ich kriege es einfach nicht hin. Das fühlt sich für mich an, als müsste ich eine finale Entscheidung abgeben, wen ich töten müsste. Natürlich töte ich keinen, um Gottes Willen, darüber mag man ja gar nicht drüber nachdenken wollen. Aber ich, ich liebe sie halt beide. Und ich kann mich einfach nicht entscheiden. Ich möchte eigentlich auch gar keinen Zweck geben. Das sind meine zwei Babys. Das fühlt sich eigentlich schon an, wie, wie mich selber, wie ein Teil von mir. und ich kriege es einfach halt nicht hin, mich halt dafür entscheiden zu müssen, welches ich vergebe. Das kriege ich einfach nicht übers Herz. Das funktioniert nicht. Eine andere Option war, das in die Meerschweinchen-Notstation zu geben. Und ich übernehme, also das war halt dann meine weitere Überlegung, als Variante 3 oder Plan C, die in die Meerschweinchen-Notstation abzugeben und dafür eine Patenschaft zu übernehmen für die zwei, die mich halt einen monatlichen Beitrag gekostet hätten, den ich auch bereit bin zu bezahlen. Aber so eine Notstation ist halt, wie es halt schon heißt, kein Zuhause für immer. Nur ein Zuhause auf Durchreise. Da, wo sie dann sind, werden sie toleriert, aber nicht final bleiben. Und das möchte ich denen. Ich möchte ungern, dass sie einen Umzug nochmal erleben müssen, bis auf den, den sie halt jetzt künftig, also halt morgen haben werden. Ja. Und ich stelle mir das für das Wohl des Tieres auch nicht gut vor, bis zu ihrem Lebensende so eine psychische Belastung zu bekommen. Also ich versuche, mich halt dahin hineinversetzen. Und ich möchte halt zum Beispiel auch nicht mit jemandem jetzt die nächsten fünf Jahre zusammenleben, den ich eigentlich gar nicht leiden kann. und den ich eigentlich aus mehrschweinschen Sicht durchs Gehege jage. Und am liebsten töten möchte, so nach dem Motto. Weil so, wie sie sich manchmal jagen, bin ich froh, dass es bis jetzt nur eine biswundige ist und auch bisher geblieben ist. und ich möchte nicht, dass ich das noch noch schlimmer, dass es halt noch schlimmer wird. Das muss nicht sein. Es wird jetzt sicherlich, ich rechne zumindest damit, den einen oder anderen oder nur Hate-Kommentare unter dieses Video geben. Aber ich wollte es halt erklärt haben, bevor sich dann halt in den künftigen Videos Leute wundern, warum plötzlich die Meerschweinchen nicht mehr da sind. Ich hatte auch mit meinem Freund drüber gesprochen gehabt und ihn halt gefragt hat, wie er halt drüber denkt, im Video zu machen oder nicht. Aber wiederum, ich meine, ich habe den Einzug gefilmt, ich habe meine Freude und meine Leidenschaft und ich habe halt alles gefilmt rund um die Schweinchen, was ich mit denen halt gemacht habe, gewogen und frisiert und krallschneiden habe ich nicht live zumindest, sondern halt danach eher gezeigt und ein Auszug gehört halt dazu und vielleicht sieht das ja jemand und der sagt sich dann, okay, ich habe daraus gelernt, zwei Geschwister, zwei gleichaltrige Geschwister, männlich, möchte ich lieber das Risiko nicht eingehen. Ich habe, ich wurde vorgewandt, gebe ich ehrlich zu, dass das auch schief gehen kann. Ich habe aber andersrum auch gesehen oder gelesen gehabt im Internet, dass das unter anderem auch gut gehen kann, muss aber nicht. und ja, hier habe ich halt, denke ich mal, also ich sehe den Fehler bei mir und nicht bei den Schweinchen. Das gebe ich zu. Ich hätte halt mich nur für ein männliches Schweinchen entscheiden sollen mit seinen eins oder zwei Mädels. Also ein Mädel in dem Sinne, weil es sind ja hier auch zwei Schweinchen. Und ja, morgen ist es dann so weit, dass sie halt mit allem, was ich habe, an die neue Besitzerin übergeben werden, auch wenn das jetzt ein bescheuertes Wort ist dafür. Ich bekomme zwar Geld dafür, weil ich sie halt als Verkauf angeboten hatte und ja, ich habe mich auch über die Halterin informiert, also so ist es jetzt nicht und es ist aber so, dass es nur ein kleiner Betrag ist, sondern ich habe, also ich hatte halt mehrere Anfragen bekommen für die Schweinchen, habe mich aber für diese Frau entschieden, weil sie mir am kompetentesten rüberkam oder den kompetentesten Eindruck vermittelt hatte, sage ich jetzt mal so. Und mir geht es halt in erster Linie um das Wohl der Schweinchen und nicht um meinen Profit oder was auch immer. also mir wurde halt auch schon, ich habe halt mit manchen Menschen drüber gesprochen und dann haben halt auch ganz viele gesagt, Mensch, du hast ja so viel Geld für den Käfig, für das Gehege bezahlt, versuchen doch zu verkaufen, damit du halt irgendwie wieder das Geld drin hast. Ich habe es ehrlich gesagt für ein Apfel und ein Ei verkauft, weil mir das Geld gleich ist. Es ist mir egal. Ich möchte, dass es den Tierchen wohl geht, dass die eine glücklichere, sorgenfreie, stressfreie Zukunft einfach haben und nicht, dass ich halt einen Profit rausschlage. Ja, das so als kleines Update. Von der Halterin werde ich nichts filmen. Nee, ich hatte mal kurzzeitig überlegt davon, ein Video zu machen, wie sie halt dort einziehen oder einziehen werden, aber irgendwie komme ich mir da komisch vor, bei einer fremden Person rumzufilmen. Ich habe sie auch noch nicht gefragt. Vielleicht entscheide ich mich vor Ort nochmal anders, weiß ich nicht, aber ich glaube eher nicht. Mal gucken, vielleicht denke ich morgen nochmal anders, aber wiederum mal gucken, wie ich morgen in emotionaler Sicht unterwegs bin, weil ich habe es ja jetzt gemerkt und habe es halt auch die Tage vorher gemerkt, dass ich extremsten Klos im Hals habe und ich halt auch schon sehr viele Nächte lang wach war, nicht nur, weil sie sich halt gezofft haben gerade in dem Moment, sondern halt, weil ich einfach todtraurig und unglücklich darüber war. ja, das dazu. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen und denke immer dran, bevor man sich ein neues Haustier zulegt, egal ob Meerschweinchen, Hamster, Hund, Katze, Maus oder Leguan, was auch immer, informiere dich korrekt über die Haltung und Voraussetzungen der jeweiligen Tiere und begehe bitte nicht wie ich diesen Fehler. Obwohl ich habe mich ja vorher informiert, so ist es ja nicht und ich habe ja sogar einige Jahre Erfahrung mit Meerschweinchen, so ist es ja jetzt auch nicht. Naja, informiere dich jedenfalls gut darüber, wenn du dir ein neues Haustier zulegst, plus Kosten, die dazukommen könnten und damit meine ich nicht nur Futter, sondern auch vielleicht irgendwelche zukünftigen Kosten wie Tierarzt, nicht nur bei einer Kastration, sondern auch, falls mal das Tier krank wird, Zahnprobleme bekommt oder keine Ahnung, irgendwas anderes. Judi, in dem Sinne, Tschüssi.